Zurück, da war irgendwie noch ein kurzer Ruckler drinnen. Ach, gut. Okay, sie hat eine gute Armee aufgestellt und mit Kommandant Dovba können wir gleich direkt reden gehen. Denn nun können wir jetzt mal Gruppe 1 zusammen sammeln. Wir brauchen gerade keine weiteren Gruppen. Ihr habt hier ganz gut die ganzen Reiter weggetötet. Ich würde gerne, so es gestattet ist, noch ein paar weitere Türme wegmachen. Hey, Kollege. Stopp, stopp. Was willst du? Ich bin Salem. Talessa sagte mir, ich soll mit General Dovba sprechen. Dann könnt ihr reinkommen. Das bist du. Was? Ähm. Da seid ihr. Ich habe auch auf euch gewartet, Salem. Wir müssen uns auf den Angriff vorbereiten. Meine Kundschafter erkundeten das Land von Michael de Moffiché. Er ist auf einem großen Schloss, das von einem Wassergraben umgeben ist. Der Graben ist an zwei Stellen flacher. Wir könnten Stroh verwenden, um hindurch zur Burg zu gelangen. Okay, das ist nützlich. Irgendwo müssen wir Stroh besorgen. In der Stadt von Bürgermeister Otelio und Bürgermeister Grubbe gibt es einige Bauern. Sie sollten es uns zur Verfügung stellen. Sprech mit den Landwirten. In der Zeit werde ich einen Angriffsplan vorbereiten. Wenn ihr fertig seid, kommt zurück und ich werde euch sagen, was als nächstes kommt. Alles klar. Quasseln wir die mal an. Und dann wollen wir mal sehen. Dann fangen wir doch weiter ein bisschen vorausschwächen über die Berge. Weil wir in der Lage sind, das zu tun. Weil wir es können. Weil wir gut darin sind. Weil wir cool sind. Weil wir schlichtweg überlegen sind. Und dazu sind wir, wie gesagt, mit Zahlem unterwegs. Unsere Armee ist jetzt natürlich nicht die größte Armee auf der Welt. Muss sie aber auch gar nicht sein. So soll es sein. Jawohl. Gerr, das kann ich. Jawohl. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie. So, da kommen wir dran. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Es ist ein bisschen Vorarbeit, die wir leisten können. Wenn wir ansonsten nur hin und nur warten müssen. Wenn die Türme weg sind, können wir erwägen, an dieser Stelle eine Belagungskanone oder sowas zu bringen. Um die Manufaktur zu bombardieren. So. Türme tun halt weh. Ich weiß nicht, ob wir an die Türme rankommen. Wenn der auf uns schießen kann, dann können wir dran kommen. Ich. Beime ich nicht, ob das eine Reichweite wäre. Wenn, dann ganz, ganz knapp. Ja, wiederum kommen die dran. Gar kein Problem. Zahlem ist hier angekommen. Dann könnt ihr die Manufaktur auf jeden Fall auch gleich mal beschießen. Wenn die einfach so dran kommen, dann müssen wir uns ja gar keine Gedanken machen. Hey, Bauer. Hallo. Ich sehe, du hast etwas Stroh. Wir brauchen das, um das Schloss von Michael dem Ophiché anzugreifen. Michael dem Ophiché? In diesem Mann hat mein Feld ja gebrannt. Jetzt ist davon nichts mehr übrig und irgendein Drecksack hat ein Militärgebäude draufgestellt. Ich habe alles verloren. Wenn ich in der Stadt dieses fettleibigen Bürgermeisters in Gruppe leben würde, hätte ich solche Probleme nicht. Er hat große Rapsfelder. Aber wie auch immer. Beseitig die Rien, die toten Bäume, auf die auf dem Feld liegen. Und dann werde ich euch mit meinem Stroh versorgen. Alles klar. Wärter. Angriff. Gruppe 0. Wenn ich die toten Bäume. Okay. Die werden da eine Weile dran sitzen. Gießen wir Belagungskanonen. Sei gesiegt. Vielleicht schaffen die es trotzdem. Ich meine, es sind 5-Sterne-Trupps. Und sie schießen mit voller Stärke. Wenn sie nicht 5 Sterne wären, hätten die glaube ich keine so große Chance. Ich glaube, das stellt auch an, wie schnell die wieder schießen. Aber sicher bin ich mir nicht. Interessant finde ich, dass sie nur drei Leibeigener sind. Das sollten mehr sein. So. Gruppe 4. Wollt mal darüber. Gruppe 2 ist ziemlich im Griff zu haben. Okay, funktioniert nicht. Schade. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sie schießen ohne Position halten. Äh, mit Position halten. Nicht wirklich auf die Kanonenmanufaktur. So kommen wir nicht da ganz an. Nicht ganz da anrufen. Wir hin müssen. So. Todesfeld. Der Bau in der Teele ist. Er braucht Hilfe. Zerstört die Ruinen. Das Feld. Und das Feld. Zerstört die. Und da fällt die ungestützten Bäume. So. 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 Erzeugungskanonen haben wir natürlich dann noch. Die haben natürlich noch eine gute Stärke, die sie mitbringen können. Okay, da ist noch ein weiterer Leibeigener gekommen. Na gut, sei es drum. Ja, mit Vergnügen. Die schaffen das trotzdem. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Äh, Ordnung. Wir können noch nach hier rüber rennen. Von da aus ein bisschen was dazu erkunden. Du kannst jetzt hier ein bisschen tiefer reinblicken. Die Schwefelmine ist leer. Ich zeige euch den Weg. Wir hatten ihr eine Eisenmine versprochen, oder? Okay, hier ist eine Eisenmine. Ich dachte ganz kurz, wir hätten sie angelogen. Und wir müssten entsprechend nachher in den Krieg mit ihr geraten. Weil wir nicht wussten, dass wir... Ich bin halt davon ausgegangen, dass unsere Konsorte hier hinten... Über eigenen Schwefel verfügt. Kann sein, dass ich aggressiv falsch gelegen habe. Und wir später irgendwie in den Krieg geraten müssen. Dass wir keine Schwefelgrube bauen können. Mal sehen. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. Es ist Zeit. Und tschüss, Leibi. So, was blickt uns denn von hier aus noch ganz nett entgegen? Das Eisenbergwerk, das wir eventuell versprochen haben. Das wird nicht so schnell leer gehen. Dorfsyndrom ist natürlich eine sehr schöne Sache. Die Kanonen haben hier nichts gefunden. Da gibt es noch eine Torembruine. Macht sie weg. Aber sicher doch. So. Gruppe 2 kann runter zum Eskortenpunkt kommen. Das kann ich. Jetzt kann sie natürlich die Strohkarre noch ein bisschen eskortieren müssen. Es riechen. Sieht her. Sei gesegnet. Ja, Herr. Schaut in die Ferne. Gut. Den Burggraben dann mit Stroh aufzufüllen. Oder generell mit Schottermüll und Erde aufzufüllen. Ist übrigens eine ziemlich historische Sache. Aber sicher doch. Die Burggräben wurden generell, so wurden Burggräben am besten bekämpft. Man hat versucht, die irgendwie aufzufüllen über die Belagerungen hinweg. Weil man irgendwie so eine Landbrücke kriegen konnte. Hat natürlich sehr viel Zeit gekostet. Sieht her. Sieht her. Okay. Das sind doch ein paar leib eigene mehr. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Wir haben hier unten noch nicht wirklich erkundet. Also... Dann senden wir den Kunsch nach Süden. Beten. Die Ruinen sind weg. Hier sind noch tote Bäume. Und fällen die umgestürzten Bäume. Die umgestürzten. Spezifisch die umgestürzten. Die ganzen Dinger hier. Zahlen. Geh schon mal zum anderen Bauern rüber. Bis die Leib eigentlich hier fertig sind, ist es ja noch ein bisschen. Und die Straße bis hier oben hin haben, wäre recht sicher. Das hier haben wir einfach stehen gelassen. Hat nicht mal einen Bauernhof, haben wir den aus dem Nieder gebrannt. Und verhungert eben. Hier halten wir natürlich erstmal Geleitshots. Wir bleiben hier. Das kann ich. Und dieser Kunschi ist scheinbar Kunschi 5. Beten. Vielen Dank. Du kannst mein Strohhalm benutzen. Was? Ach. Google Übersetzer. Die englische Version wäre You can now use my straw. Weil ähm Straw, Strohhalm bedeutet auch. Und nicht das Material von Stroh. Was ich glaube insgesamt übersetzt Hay heißen würde. Google Übersetzer. Der schlägt einfach immer wieder zu. So, alles gleich machen. So. Sprechen Sie mit den Bauern in den Städten. In Stottilio und Grubus. Damit Sie sie mit Stroh versorgen können. Das Sie für den Durchgang durch den Wassergraben benötigen. Hey. Hallo. Wir brauchen euren Stroh. Um einen Angriff auf Michael im Offiziersburg durchzuführen. Ich sehe, ihr habt viel davon. Äh. Das tue ich. Aber werde ich jetzt nicht verkaufen. Warum? Wir brauchen diesen Stroh wirklich. Wir brauchen diesen Strohhalm wirklich. Wir müssen den Burggraben leer trinken. Wollen Sie mich als Tyrannei nicht beenden? Ich weiß nicht. Es ist mir jetzt ziemlich egal. Da der Dieb meine Medizin gestorhen hat, weiß ich nicht, wie lange ich leben werde. Und es gibt niemanden, der mir die gleiche Medizin geben kann. Ein Dieb. Der Dieb. Kannst du mir mehr über ihn erzählen? Ich weiß nicht viel über ihn. Soweit ich weiß, lebt er in dieser Stadt und ist ein seltsamer Mann. Er lernt nicht. Er betet nicht. Behält kein Geld. Kauft und verkauft keine Waren. Tut es auch mit anderen essen und trinken. Tut es auch nicht mit anderen. Tut es auch nicht mit anderen essen und trinken. Genau. Ich kann so eine seltsame Person finden. Könnt ihr uns den Stroh zur Verfügung stellen, wenn ich eure Medizin abhole? Sicher. Ich träume von nichts anderem. Aber seid vorsichtig. Ihr müsst den Waren, Dieb, enthüllen. Wenn ihr mit anderen erwischt, wird der Wahre entkommen. Und ihr könnt die Medizin nicht zurückholen. Oh nein. Wir spielen jetzt Amogos. Okay. Quicksave. Der Dieb ist also jemand, der nicht isst und trinkt, der nicht betet und der nicht studiert oder lernt. Er verkauft aber auch nichts. Der Bauer hat in Grubusstadt wohl ausgeklappt und verlor seine Medizin. Finden sie den Dieb in Grubusstadt und holen sie sich die Medizin zurück. Der Bauer hat ihnen einige Hinweise gegeben. Der Dieb lernt nicht. Betet nicht. Behält kein Geld. Also keinen Schatzmeister. Kauft und verkauft keine Waren. Isst nicht. Trink dich mit anderen. Verrückter Architekt geht zur Bank. Ist ausgeschlossen. Der Bergmann ist hier beim Marktplatz. Der Ingenieur. Geht beten. Der Bergmann gerade nicht. Er hält auch nicht bei der Taverne inne. Aber er ist beim Gutshof. Ja, okay. Der Ingenieur ist hier beim Gemeindezentrum. Verfolgen wir den mal. Interessiert die Hochschule nicht? Interessiert der Marktplatz nicht? Der Gutshof interessiert ihn nicht? Er geht zu seinem Wohnhaus. Okay. Das war aber nicht ausgeschlossen. Er geht nicht zur Bank. Daran ist er vorbeigerannt. Daran ist er vorbeigerannt. Daran ist er vorbeigerannt. Wenn er nicht beten geht oder nicht zur Taverne geht, schnapp wen uns jetzt. Eure Wunsch ist mir Befehl. Bei Mohammed. Es sei mit Freude. Okay, der ist jetzt ziemlich unser. Es sei denn, der geht jetzt zur Hochschule. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Ja, Sidi. Eure Wunsch ist mir Befehl. Nope. Okay. Alles klar. Du bist unser. Ja, Sidi. Er lernt wir mit dem Gemeindezentrum. Er hat seinen Zyklus abgeschlossen. Du bist es. Ach, weißt du. Ich habe Rette. Du hast den Bauern die Medizin gestohlen. Ah, du hast mich erwischt. Ich gebe zu. Hier ist die Medizin. Nimm sie. Ich habe sie gestohlen, damit ich leben kann. Aber jetzt verdiene ich es nicht mehr zu leben. Und du hast keinen. Und ich habe keinen Grund. Also, auf Wiedersehen, schätze ich. Okay, ich habe die Medikamente. Ich werde den Bauern bringen. Hey, was machst du? Ihr habt einen neuen Auftrag gehalten. Oh, er ist geplatzt. Eure Wunsch ist mir Befehl. Okay, gut. Der Kollege hat sich geregelt. Hinten war übrigens ziemlich schön. Eure Siedler werden gesiegt. Ja, die platzt dann einfach. Ich verdiene es nicht mehr zu leben. Ich wurde mit dem Stehlen erwischt. Von mir aus. Wenn er es so sehen möchte. Steuern und Soll werden gezahlt. Sehr traurig. Hey, Bauer. Ich habe den Dieb gefunden. Hier ist eure Medizin. Vielen Dank. Jetzt kann ich leben. Hier kann ich es zurückzahlen. Ach ja, du wolltest mal in Stroh. Hier, ihr könnt ihn verwenden, wann immer du möchtest. Wir haben den Stroh. Jetzt ist die Zeit, zur Generaldorfbad zu gehen. Und Latschaufgabe. So, gehen wir zur Garnison, um mit Doppel zu sprechen. Er wird uns einen Angriffsplan dann geben, wie es ablaufen soll. Im besten Fall... Nun, ich weiß nicht so ganz. Hier sind diese Türme. Die werden so einen kurzen Prozess mit dieser Infanterie machen, wenn die dazu kommen. Die Reiter werden kurz einen Prozess mit dieser Infanterie machen. Ob Sperrträger hin oder her. Stufe 5 Reiter. Oder 5 Sterne Reiter von Stufe 1. Haben unsere Sperrträger, die so weit getecht waren, wie es möglich war, einfach radiert. Das sind Stufe 2 Reiter mit 5 Sternen. Die werden einfach durchgehen. Ja, das ist eine Belagungskanon-Frage. Die Welle einmal leer zu fegen. Hier oben haben wir die Reihe 3 zumindest schon mal bereits ausgeschaltet. Von hier wird noch ein bisschen was an Angriff auf uns zukommen. Aber Talessa wird in der Lage sein, hier über diesen Weg anzugreifen. Orteleo kann vom Süden aus angreifen und für uns das Kanonenfutter die Vorhut liefern. Entsprechend wird diese Position von zwei Seiten angriffen. Wenn wir uns also hierhin aufsetzen und die unterstützen, dann wäre es vielleicht das effektivste. Denn das hier ist unsere schwächste Front. Oder wir sagen einfach, dieser Front muss einfach nur halten. Und den Feind hier oben beschäftigen. Ah, wir brauchen die Position da oben aber auch. In dem Fall werden wir unsere Armee wahrscheinlich dann Richtung Norden bewegen und hier auf der Seite mithelfen. Haben wir hier oben die Möglichkeit, einen Schießplatz zu errichten? Dann haben wir den Alten über das Ohr gehauen und er... Äh, ja. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich meine, wir könnten auch von der Seite aus angreifen. Wir haben den Weg so ziemlich freigeräumt. Das wäre vielleicht sogar das allereffektivste. Einfach von dieser Seite aus hier mit reinbrechen. Hier oben dann mit aufräumen. Damit wird das hier relativ schnell vorbei sein, weil die Feinde... Oder die Verbündeten... Die Feinde hier am Tor ablenken werden. Und dann... Und dann läuft das. Okay. Wir legen einen Spielstand an. Weil man immer speichern muss. Hallo Kollege. Ich bin es wieder. Okay, komm rein. Oh, Salem. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Sicher. Bauer aus den Städten Otelio und Grobo werden uns mit Stroh versorgen. Exzellent. Es gibt noch eine weitere Sache, die getan werden muss, um die Belagerung durchzuführen. Nämlich Kanonen. Keine der Städte hat eine Kanonfabrik. Da können wir sie derzeit nicht produzieren. Passe dazu auf. Was? Ähm... Take care of it heißt das. Kümmer dich darum, heißt das. Wir müssen in der Nähe der Tore dieser Stadt... ...jeder Stadt eine Kanonfabrik errichten, damit sie ganz in der Nähe der Schlachtfelder liegt. Hier. Hier. Ich wusste es. Ich rate euch, auch einige Türme auf dem Hügel nördlich von Tillis Stadt zu bauen. Die werden wir brauchen. Es liegt an euch, wie viele davon ihr baut. Ich habe die Hauptaspekte der Vorbereitung fast abgeschlossen. Wenn ihr mit dem Baum der Gebäude fertig seid, kommt ihr wieder hierher. Ich denke, dass wir mit der Durchführung des Angriffes beginnen können. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Baut Kanonen von Fabriken an bestimmten Orten nahe der Stadttore. Sie können auch einige Türme auf dem Hügel nördlich von Tillis Stadt bauen. Wie zur Hölle kommen wir auf den Hügel hoch? Hügel nördlich. So. Hier und wollten wir die ganze Zeit noch ein bisschen aufdecken. Direkt ausbauen. Wir hätten gerne noch eine Kaserne hier in der Region gehabt. Oh, da unten passt sie her. Setz eine Kaserne dahin. Auf jeden Fall, dass wir da aushelfen möchten. Auf dem Hügel nördlich der Stadt. Was meinst du mit dem Hügel nördlich der Stadt? Meinst du wirklich hier? Haben wir eine Möglichkeit, da hochzukommen? Haben wir. Wo? Da kommen wir nicht rein, aber da oben können wir Türme bauen. Gut, wird gemacht. Hinten müssen wir den Eisenhaufen loswerden. Eine Gießerei wurde gebaut. Sehr schön. Ich hab' mir schon die ganze Zeit da hochgekommen. Ich tue mit allers Hilfe mein Bestes. Von wo gehst du da hoch? Das ist der Aufstieg? Das ist wahrscheinlich der Aufstieg. Ja, ist gut. So, bereinigt diesen... Oh, die... Die Ansicht verschwindet. Lustig. Gut, dass ich nicht unsere Gießereien stiehlt. Okay, diese Position hatte ich gar nicht mal im Blick. Oh. Position wie diese wäre natürlich sehr, sehr nützlich. Du, komm mal da runter. Vielleicht können wir dem Feind von hier aus ein bisschen wehtun. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Aber das Teil ist scheinbar verschwunden. Aber der ist geblieben. Okay, falsche Zuweisung. Ich verstehe. Und jetzt haben die Eisenkanonen. Das wird denen helfen. Komm, gießt weiter. Mehr. Gut. Bringen wir die Armeen nach hier hin. Oder wir lassen unsere Verbündeten einfach oben kämpfen und räumen sie erst unten auf. Wir rücken dann nach oben durch. Nachdem wir hier unten fertig sind. Dann räumen wir hinter der Kavallerie auf. Ist vielleicht das Effektivste. Oder wir positionieren uns hier oben und rücken von hier unten, von dem Hügel aus runter. Lass das machen. Die werden sich denn einfach ein bisschen schlagen müssen. Die werden sich denn einfach ein bisschen schlagen müssen. Das ist dann ja aber auch komplett in Ordnung. so. So. Schaut in die Ferne. Beten. Oh, unser Rohschwäfel ist verbraucht. Ich glaub's ja gar nicht. Ob das hier weg ist, können wir hier die Gießerei bauen. Wie meine Faktor hier wird funktionieren. Ja, dass wir hier die Kanonen zuerst gebaut haben, ist das Beste, glaub ich. Denn die sind wirklich angewiesen auf ihre Kanonen. Bauen wir das Zeug jetzt da raus oder? Oder gießen die tatsächlich? Na gut. Kunchi, gibt's irgendwas, das wir definitiv direkt beschießen können, wollen oder sollten? Ja. Ja, gibt es. Diese beiden Türme müssen nicht existieren. Macht euch ein bisschen kompakter. Angriff. Euer Wunsch ist mir befehlt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Auf in den Kampf. Diese drei Türme müssen nicht existieren. Das ist... ...unnötig. Sieht hier. Ich glaube es übrigens Kunchi 5, weil du näher am nächsten auf der Front bist. Der Türme macht mich nervös. Die Falle macht sich besser, um die Wahrheit zu sagen, aber was will man tun? Sieht durch mein Fernglas. Gut, das wird helfen. Das ist fast weg. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Er schießt die ganzen Leiby, die noch am Leben sind. Die müssen nicht existieren. Der Tag der Abrechnung steuert eure Priester sieben. Okay, und wir nach oben. Da kommen wir nicht dran. Sieht durch mein Fernglas. Natürlich. Sehr gut. Braut die Gießerei. Formiert euch. Wenn man dieses Teil mit jenem zusammen zusammen und wenn wir hier drei, vier Türme aufstellen, dann wird jeder Feind, der hier hochhint, einfach sofort in den Klump geschossen. Was kann ich für euch tun, Sidi? Ausbauen und hochnet euch. Mehr als vier werden wir wirklich nicht brauchen. Mecca und Medina, natürlich.